Manchmal wird es ein bisschen wie Kraut und Rüben sein, denn wie schon der Pop-Philosoph Richard David Precht schrieb, Liebe ist ein unordentliches Gefühl. Ich sag euch gleich, wir haben eine ziemliche Strecke vor uns, ihr werdet viel Input kriegen, aber zum Schluss werde ich euch für all eure Probleme ultimative Lösungen geben. Ist natürlich Quatsch, aber man darf hier noch ein bisschen träumen. Und ihr werdet sehen, das muss man vielleicht auch.